als damals. Oh verdammt. Soll ich nochmal raufkommen? Zweiter Versuch? Lieber nicht. Dann musst du nochmal an diesem Wischmopp auf zwei Beinen vorbei. Und die Weiber hier im Hause sind alle CUV. Was heißt das denn? Chronisch untervögelt. Das hab ich gehört! Hälte es von unten durchs Treppenhaus und eine Tür krachte ins Schloss. Schöne Wohnung, Konstrakette Kalle. Und ich sehe, passt immer noch alles in den Lieferwagen. Das ist nötig. Erstens die Weiber unten, zweitens der Hauswirt. Ich habe eine Abmahnung bekommen, weil ich auf dem Balkon zwei Jeans getrocknet habe. Das hat hier in zwei Jahrzehnten noch niemand gewagt. Kaffee? Kalle nickte. Und sie setzten sich mit ihren Bechern auf dem Balkon in die Sonne. Und der Aschermächer auf dem kleinen Campingtisch war so voll wie in den alten Zeiten. Und ich würde so einen alten Gag bringen, also wenn Gabriella ließ, wenn einer raucht, höchstverdächtig als Täter bei ihr, alle Bösen rauchen. Bei Leo Peart und mir war das immer so und ist auch bei mir noch so, nicht alle Raucher sind gut, aber alle Guten sind Raucher. Danke. Danke.